Ja, wir haben heute die traditionelle Kabinettssitzung auf der Landesgartenschau gehabt. In diesem Jahr hier in Fulda, noch bis zum 8. Oktober findet sie statt. Und ich glaube, wir alle haben uns davon überzeugt, dass es eine wirklich reizvolle, vielfältige und insbesondere auch nachhaltige Landesgartenschau ist, die ihrem Motto Fulda verbindet, sehr gerecht wird. Und insoweit kann ich nur sagen, Gratulation und Kompliment für das, was hier entstanden ist und bleiben wird.